Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach dem Freudentaumel stoßen amerikanische Soldaten auf einen Ort des Grauens. In den Kellern des Instituts für Anatomie der Reichsuniversität Straßburg finden sie 167 menschliche Körperteile und 17 vollständige Leichen, aufbewahrt in Tanks. Es sind die makabren Hinterlassenschaften eines geheimen Projekts der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe, einer sogenannten wissenschaftlichen Institution der SS. In ihrem Auftrag wurden die unmenschlichsten und mörderischsten Experimente durchgeführt, bis zum Ende der Nazi-Herrschaft. Forscher des Ahnenerbes infizierten ihre Opfer mit tödlichen Viren, unternahmen völkerkundliche Expeditionen in die entlegensten Winkel der Welt oder suchten auf Geheiß Heinrich Himmlers nach Thorshammer. Sie gehörten zu den führenden Köpfen der deutschen Wissenschaft und wurden zu skrupellosen Verbrechern. Im Rahmen einer beispiellosen Instrumentalisierung wissenschaftlicher Disziplinen konstruierten sie ein absurdes Geschichtsbild, das nur einem Ziel diente. Die Verbrechen der Nazis zu rechtfertigen. Im Sommer 1932, gerade einmal 13 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, wird Deutschland von inneren Krisen geschüttelt. Etwa sechs Millionen Menschen sind ohne Arbeit. In Großstädten wie Berlin sind Tod durch Hunger und Tuberkulose nichts Ungewöhnliches. Bei den Reichstagswahlen im Juli kommt die NSDAP auf über 37 Prozent der Stimmen. Vier Jahre zuvor war sie mit gerade mal 2,6 Prozent von den Wählern nahezu ignoriert worden. Ein halbes Jahr später wird Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Er spricht davon, Deutschland wieder groß zu machen. In seinen Augen sei die vermeintliche germanische Rasse bedroht. Durch die Slaven und vor allem durch die Juden. Diese Fremden und Minderwertigen seien verantwortlich für alle Probleme Deutschlands. Deutschland war nicht bereit, die Niederlage zu akzeptieren. Seine jungen Männer waren auf den Schlachtfeldern verblutet. Der Vertrag von Versailles mit seinen drastischen Auflagen galt als Schandfrieden. Das Land befand sich in einer schweren Wirtschaftskrise und in Verbindung mit dieser Kultur des sich-unterworfen-Fühlens entstand, vor allem aus der extremen Rechten das, was wir eine völkische Identität nennen. Völkisch ist ein komplexer Begriff, in dem sich die Vorstellung der Überlegenheit über andere Völker manifestiert. In Mein Kampf schreibt Hitler, was wir heute an menschlicher Kultur, an Ergebnissen von Kunst, Wissenschaft und Technik vor uns sehen, ist nahezu ausschließlich schöpferisches Produkt des Arias. Er ist der Prometheus der Menschheit, aus dessen lichter Stirne der göttliche Funke des Genies zu allen Zeiten hervorsprang. Hitler glaubte, die Deutschen seien eine sogenannte überlegene Rasse. Er nannte sie Arier. Das bedeutete, dass sie selbstverständlich über den Slaven stünden, die keinen anderen Zweck hätten, als den Arien zu dienen. Und natürlich stünden die sogenannten Arier auch über den Juden. Bei der Umsetzung seines Weltbilds kann Hitler vor allem auf einen Mann zählen. Ein militanter Nazi der ersten Stunde. Der Reichsführer SS, Heinrich Himmler. Für Himmler ist Hitler Deutschlands Erlöser. Der geschichts- und mythologiebegeisterte diplomierte Landwirt und überzeugte Rassist teilt die Vorstellungen seines Idols. Dass den Deutschen die Vorherrschaft über andere Völker zustehe und dies ihnen unablässig klargemacht werden müsse. Rasse, das sind für Himmler die Ursprünge, die Generationen, die den heutigen vorangingen. Er betont wiederholt, ein Volk könne nicht glücklich in der Gegenwart und in der Zukunft leben, wenn es sich nicht seiner Vergangenheit und der Größe seiner Ahnen bewusst sei. Dieser Ansicht sind auch zwei Wissenschaftler, die von der sogenannten Rassenfrage besessen sind. Hermann Wirth, der sich auf frühgeschichtliche Kulturen spezialisiert hat. Und Richard Walter Daré, Verfasser der Schrift Neuadel durch Blut und Boden und Leiter des Rasse- und Siedlungshauptamts der SS. 1935 gründen die drei Männer ein SS-eigenes wissenschaftliches Institut. Sie geben ihm den Namen Ahnenerbe. Das Institut soll dazu dienen, die vermeintliche Überlegenheit der sogenannten germanischen Rasse zu belegen. Der erste Schritt zur Etablierung dieser neuen Wahrheit, nachzuweisen, dass die germanische Rasse eine große Vergangenheit habe. Das Ziel ist, eine Geschichte zu konstruieren, die auf angeblich überlegene Ahnen zurückgeht. Wenn sich beweisen ließe, dass ihre Ahnen anderen, in Anführungszeichen Rassen, überlegen waren, dann hätten sie selbst natürlich auch einen Anspruch auf eine solche Überlegenheit. Das war die ganze Idee hinter Himmlers Ahnenerbe. Und das war die Ahnenerbe, Frau Heinrich Helmler. Unsere Spaten sind waffen, den Frieden. Unsere Lager sind folgenden Platz. Um die Vergangenheit in diesem Sinne zu germanisieren, braucht es entsprechende Befunde. Die Archäologie wird zur Lieblingsdisziplin der SS. Frisch geht's mit Hacke und Spaten ans Werk, um die deutsche Vergangenheit wieder zu beleben. Es ist eine schöne und verpflichtende Aufgabe, den Spuren unserer Ahnen nachzugehen. Die Mittel für archäologische Ausgrabungen werden vervielfacht. An den Universitäten werden 21 neue Lehrstühle eingerichtet. Schluss mit der Amateurforschung. Die nationalsozialistische Wissenschaft denkt groß. Es war nicht mehr so, dass, wie im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts, ein paar Wissenschaftler mit zwei oder drei Arbeitern einige kleine Grabungsschnitte anlegten. Stattdessen wurden Fundstätten komplett freigelegt und dem Publikum und der Forschung nicht nur in ihrer Gesamtheit präsentiert, sondern als regelrechte archäologische Landschaften. 70 Prozent der deutschen Archäologen treten der NSDAP bei. Neben Medizin und Jura ist die Archäologie diejenige akademische Disziplin mit dem höchsten Anteil an Parteimitgliedern. Das heißt, dass viele Archäologen damals, wenn sie nicht Spezialisten für Griechenland, Ägypten oder Rom waren, sondern Spezialisten für die Ur- und Frühgeschichte im deutschen Territorium selbst, dass die natürlich sehr froh waren, dass sie plötzlich Finanzierungen bekamen, um an alle möglichen Orten Grabungen vorzunehmen und die dabei gefundenen Dinge dann in einem Museum zu präsentieren, zu interpretieren. Und sie interpretierten das natürlich im Sinne des nationalsozialistischen Regimes. Und die Archäologen wissen, was sie tun müssen, um sich dem Regime zu empfehlen. Hakenkreuze finden im deutschen Boden. Die Swastika, das Hakenkreuz, ist ein universelles Symbol, das seit Jahrhunderten im Oktzident wie im Orient verwendet wurde. Die SS-Archäologen scheuen sich auch nicht, die aberwitzigsten Interpretationen aus ihren Funden abzuleiten. Für sie sind sie der Beweis für eine vermeintlich jahrtausendelange germanische Kolonisation. Und so wird die Legende inszeniert. Wie immer in Zeiten heldischen Aufbruchs war es das Hakenkreuz, das auch diese germanischen Stämme auf ihrem weltgeschichtlichen Zug begleitete. In der Tat geht es darum, die deutsche Geschichte neu zu schreiben. Allerdings konzentriert man sich im Ahnenerbe nicht auf die deutsche Geschichte des 20., des 19., des 18. und so weiter Jahrhunderts, sondern man konzentriert sich auf die Ur- und Frühgeschichte des deutschen Volkes. Heute weiß man, dass es das deutsche Volk vor 5000 Jahren natürlich nicht gab, aber diese Leute gingen davon aus. Sie sehen ja recht erfolgversprechend aus. Ja, von der linken Seite. Herr Doktor, komm doch mal her. Wer für diesen Film die Requisiten lieferte, verstand zumindest sein Handwerk. Donnerwetter, ist das ein Pfund, ein herrliches Gefäß. Die aus der Erde geholten Gefäße schimmern wie am ersten Tag. Auf seinem Boden ist das alte germanische Heilszeichen, das Hakenkreuz, eingeritzt. Als ein Symbol kraftvoller Entfaltung eines Volkstums verfindet es die vorgeschichtliche, die alte mit der neuen Zeit. Es ist eine Inszenierung, Propaganda für die Wochenschau. So viele Gefäße mit eingraviertem Hakenkreuz gibt es gar nicht. Die Idee ist ja auch eine ganz andere. Es geht darum, eine Kontinuität zu beweisen. Damals sahen die Menschen überall Hakenkreuze in den Straßen auf der Nationalflagge. Es war das Symbol des neuen Deutschland. Und jetzt werden sie auf einmal angeblich im Boden gefunden, als prähistorische Dokumente, die beweisen, dass es diese Kontinuität gibt, dass das deutsche Volk tatsächlich in der frühesten Vorzeit wurzeln. Aber die Archäologen haben Mühe, spektakuläre Funde beizubringen. So muss selbst das kleinste Gefäß dafür herhalten, die behauptete kulturelle Überlegenheit der Ahnen zu untermauern. Sehen Sie sich dieses kleine, kunstvolle Henkelkrüglein an. Ist nicht dieses Bild der beste Beweis dafür, dass unsere Vorfahren der große Zeit auch schon auf sehr hoher kultureller Stufe standen? Himmler hält das nicht ab. Regelmäßig taucht er höchstpersönlich auf den Ausgrabungen auf und wirbt im Radio für seine Passion. Wir werden diese Grabungen nicht etwa, weil wir der Wissenschaft in irgendeiner Form Konkurrenz machen wollen. Nein, sondern weil wir mit der Wissenschaft zusammen weltanschauliche Dinge suchen wollen, ganz konsequent fortsetzen. Wir werden uns dieser Aufgabe mit derselben Fähigkeit widmen, mit der sich die Schutzstaffel allen anderen Aufgaben bisher gewidmet hat. Hitler dagegen äußert sich privat eher zurückhaltend über die Aktivitäten seines Getreuen. Warum stoßen wir die ganze Welt darauf, dass wir keine Vergangenheit haben? Nicht genug, dass die Römer schon große Bauten errichteten, als unsere Vorfahren noch in Lehmhütten hausten, fängt Himmler nun an, diese Lehmdorfer auszugraben und gerät in Begeisterung über jeden Tonscherben und jede Streitachs, die er findet. Hitler hat ganz offensichtlich in vielen Gesprächen immer wieder das für eine Skurrilität und ein Hobby von Himmler bezeichnet, für einen Spleen von Himmler. Aber einen schönen Spleen vermutlich, doch einen sympathischen Spleen, aber eben doch einen Spleen, während er, Hitler, ja sehr viel nüchterner quasi sei. Hitler missfiel nicht wirklich, was Himmler tat. Seine Politik war eben, soll jeder machen, solange er mich nicht angreift. Als sich in deutschen Böden keine überzeugenden Hinweise für eine überlegende Kultur finden lassen, lässt der Chef der SS die Suche umgehend auf die ganze Welt ausdehnen. Das Ahnenerbe beginnt, Expeditionen ins Ausland zu planen, die alle denselben Auftrag haben. Zu beweisen, dass der Germane der Urvater aller großen Zivilisationen gewesen sei. Das erste große Forschungsprojekt führt die SS-Wissenschaftler nach Schweden, ins Bohuslen, eine Region, die für ihre zahlreichen Runensteine bekannt ist. Hermann Wirth, der Mitgründer des Ahnenerbes, ist weder Archäologe noch Kunsthistoriker. Trotzdem ist er im Herbst 1935 in Schweden dabei, um Fotografien und Abgüsse von frühgeschichtlichen Inschriften zu machen. Seine Deutung dieser Runen in Schriften ist mehr als fantastisch. Für ihn handelt es sich um die heiligen Texte einer vermeintlichen nordischen Rasse. Und um das erste Alphabet überhaupt. Wirth will beweisen, dass die Runenschrift älter ist als selbst die Hieroglyphen der Ägypter. Ein Versuch, mal eben so Dreiertausende zu negieren. Wirth sagt, es seien die Nordländer gewesen, die als erste die Schrift erfunden hätten. Für ihn sind die Runen der steinerne Beweis für die nordische Überlegenheit. Bis dahin war sich die Forschung einig, dass die Runen zwischen dem 1. und dem 3. Jahrhundert nach Christus entstanden sind und damit mehr als 3000 Jahre jünger als das ägyptische Schriftsystem. Das hindert Wirth nicht daran, seine Thesen zu veröffentlichen. Die Pseudowissenschaftler der SS stellen die Geschichte auf den Kopf. Für die Nazis ist es undenkbar, dass die ersten Hochkulturen im Orient entstanden sind. Ausgeschlossen, dass sich die Zivilisation von Süden nach Norden ausgebreitet haben soll. Alle Kultur und alles Wissen könne nur von Deutschland in den Rest der Welt getragen worden sein. Das ist die Lehre, die von nun an auf den Landkarten der Schulbücher gedruckt wird. Egal, was andere Historiker sagen, die neue Wahrheit wird mit allen Mitteln unters Volk gebracht. Nicht zuletzt im Kino. In Wirklichkeit wird es eben so gewesen sein, dass die ägyptische Form des Rennwagens den nordischen Völkern Modell gestanden hat. Gerade umgekehrt war es. Ich behaupte, die Nordländer erfanden diese Form des Wagens und bauten sogar den Wagen, der in dem ägyptischen Grab gefunden worden ist. Das sind Vermutungen. Nichts als Vermutungen. Nein. Das ist der Durchbruch der stolzen Erkenntnis, dass unsere germanischen Vorfahren eine hohe Kultur hier eigneten. Eine Kultur, die in ferne Zeiten zurückreicht und deren Auswirkungen selbst an der klassischen Kultur des ältesten Ägypten nachweisbar sind. Weitere Expeditionen folgen. Nach Finnland, Rumänien, in die Türkei, nach Griechenland, Syrien, in den Irak. Überall begeben sich Archäologen auf die Suche nach Spuren ihrer vermeintlichen germanischen Vorfahren. 1937 hat das Ahnenerbe einen beträchtlichen Umfang angenommen und sich auf etliche andere Disziplinen ausgedehnt. Der neue Mann an der Spitze heißt Walter Wüst, ein Hochschulprofessor aus München. Sein Forschungsgebiet sind indogermanische Sprachen und er glaubt, dass Asien in der Frühzeit von germanischen Stämmen besiedelt worden sei. Es gelingt ihm, Himmler für seine Theorie zu interessieren. Der ist hellauf begeistert und schon bald überzeugt, dass die Krieger der Mongolen und sogar die japanischen Samurais Nachfahren dieser europäischen Einwanderer gewesen seien. Und so finanziert das Ahnenerbe eine noch ehrgeizigere Expedition. Ihr Ziel? Tibet. Nach monatelangen Vorbereitungen gehen die SS-Forscher im April 1938 an Bord eines deutschen Passagierdampfers nach Ceylon, dem heutigen Sri Lanka. Von dort bringt sie ein Frachter nach Kalkutta. Im Juni bricht die Truppe auf ins tibetanische Hochland. Es ist ein feldmarschmäßiges Unternehmen. Über 50 Maultiere und Pferde tragen Wasserflaschen, Peitschen, Pistolen, aufblasbare Boote, Kisten voller Lebensmittel. Die Expedition ist monatelang unterwegs und alles andere als ein Spaziergang. Das Hauptziel der Expedition ist, zu beweisen, dass die Eliten der asiatischen Völker aus Nordeuropa gekommen seien. Für Hans Günther, einen der prominentesten deutschen Rassenideologen jener Zeit, steht fest, der germanische Mensch müsse von Norden nach Indien eingehen. Wo er prompt ein Gott wurde. Schließlich habe ein weißes nordisches Paar sogar Buddha gezeugt. Günther macht aus Buddha einen Germanen-Sohn. Das zeigt die Flexibilität der Nazi-Ideologie. Die äußere Erscheinung muss nicht immer deckungsgleich mit der vermeintlichen rassischen Abstammung sein. Sie können klein und dunkelhäutig sein und trotzdem dem nordischen Erbe nahezu perfekt entsprechen. Das gilt nicht für alle, aber Einzelfälle waren für die Nazis durchaus akzeptabel. Sie sehen, wohin dieser Wahn von einer germanischen Identität führt. Am Ende war die ganze Welt aus dem germanischen Erbe hervorgegangen. In Tibet treffen die SS-Forscher auf zahlreiche Bergvölker und bemühen sich um ihr Vertrauen. Nicht ohne sich auf Schritt und Tritt vor der Kamera ins rechte Licht zu rücken. Leiter der Expedition ist Ernst Schäfer, ein junger Ornithologe. Zur Mannschaft gehören ein Techniker, ein Kameramann und Fotograf, ein Geophysiker. Und Bruno Beger, Hauptsturmführer der SS. Ein sogenannter Rassenkundler, der nie ohne seine Batterie von Instrumenten zur Menschenvermessung unterwegs ist. Um die Einheimischen für sich zu gewinnen, bietet Beger ihnen allgemeinmedizinische und zahnärztliche Hilfe an. Dafür sind sie bereit, sich vermessen zu lassen. Diese Schädelvermessungen, die kommen uns natürlich heute sehr bizarr vor. Das ist aber eine Praxis, die natürlich im 19. Jahrhundert schon aufgekommen ist. Und man hatte damals die Auffassung, dass die Form des Schädels etwas über den Inhalt des Schädels aussagen würde. Dahinter steht die Vorstellung, dass sich eine vermeintliche Rasse über physiologische Merkmale bestimmen ließe. Und dass sich diese Merkmale vor allem am Schädel manifestieren würden. Ist ein Schädel länglich, mit eher schmalem Gesicht, oder ist er eher breit, mit rundem, untersetztem Gesicht? Dazu ist es wichtig, nicht nur Messungen am Gesicht vorzunehmen, sondern auch Abgüsse, um sie später im Labor untersuchen zu können. Beger benutzt eine Spezialmasse für seine Gesichtsabgüsse. Und er stickt dabei beinahe einen nepalesischen Sherpa. Die Forscher fotografieren fast 2000 Einwohner Nepals und Buthans. Sie vermessen über 370 Personen und nehmen 17 Abgüsse, die für die völker- und rassenkundlichen Sammlungen der deutschen Universitäten bestimmt sind. Heute wissen wir, dass es nicht die Maße eines Schädels, die Länge der Ohren oder die Proportionen einer Nase sind, die Auskunft über die genetische oder sogenannte rassische Herkunft geben. Das ist ein Irrglaube. Aber noch heute hält sich die Idee, durch die DNA mithilfe genetischer Charakteristika ethnische oder, in großen Anführungszeichen, rassische Ursprünge aufzeigen zu können. Und so ist in Begers Augen jeder großgewachsene Mann ein Nachfahre germanischer Siedler. Ein Mann von kleiner Statur hingegen sei ein Beweis für die Gefahren der Rassenmischung. Nach dieser Logik steht für Beger bald fest. Die Tibeter haben nordische Eigenschaften. Hochgewachsene Statur, länglicher Kopf, schmales Gesicht, Dominanzgefühl. Begers Schlussfolgerungen sind absurd. Kein Wissenschaftler zieht heute ernsthaft in Betracht, dass seine Schädelmessungen eine skandinavische Herkunft der Tibeter beweisen könnten. Das ist zwar kompletter Irrsinn, aber wissenschaftlich hoch organisiert. Damit stoßen wir auf ein allgemeines Paradoxon im Zusammenhang mit der SS und einer Vielzahl von hochqualifizierten Fachleuten und Technikern im Nationalsozialismus. Sie gehen von komplett irrwitzigen Annahmen aus und verfolgen diese mit einem immensen Aufwand. Es sind Männer der Wissenschaft, die eine unhaltbare Prämisse mit strengsten wissenschaftlichen Methoden zu belegen versuchen. Ich kenne keinerlei Schlussfolgerungen, die aus diesen Forschungen gezogen wurden. Sie arbeiteten daran, aber das ist in gewissem Sinne die Tragik des Ahnenerbes. Dass sie nie mit etwas wirklich Greifbarem herauskamen, von dem sich sagen ließe, ah ja, das beweist dies oder jenes. Es ist die Krönung ihrer Expedition, als die deutschen Forscher nach Lhasa eingeladen werden, Tibets Hauptstadt. Dort werden sie von den höchsten Würdenträgern empfangen. Kein Vertreter eines europäischen Staates hat die verbotene Stadt je zuvor betreten. Die Hakenkreuzflagge flattert auf dem Dach der Welt. Es sei ein schönes Gefühl zu wissen, dass die Macht des Reiches so groß sei, dass sie sich in die abgelegensten Regionen des asiatischen Kontinents erstrecke, schreibt Schäfer. Nach 14 Monaten, am 4. August 1939, kehren die Forscher in Himmlers persönlichem Flugzeug nach Berlin zurück. Der Reichsführer SS höchst selbst empfängt sie und lässt es sich nicht nehmen, mit den Helden des Tages für die Kameras zu posieren. Es war für die Nazis eine Gelegenheit, der Welt zu zeigen, dass einer von ihnen, nämlich der große Dr. Ernst Schäfer, mit seinen Männern auf dem Dach der Welt gewesen und mit Ergebnissen zurückgekommen sei, die dann allerdings nicht veröffentlicht wurden. Das Ganze war also nur eine Zirkusnummer. Aber sie diente dazu, den Deutschen vorzumachen, dass bei diesem großartigen Trip nach Tibet etwas Bedeutendes herausgekommen sei. Das einzige konkrete Resultat der Expedition bleibt ein Film mit dem Titel Geheimes Tibet, der die Abenteuer der SS-Forscher schildert. Eines der häufigen tibetischen Ornamente ist das uralte Indo-Arschleichen des Hakenkreuzes, das den Tibetern als Sinnbild unvergänglichem Glückes gilt. Himmler ist zufrieden. Die Expedition mag nichts wissenschaftlich Vorzeigbares ergeben haben, aber sie verleiht dem Regime Glanz. Die SS plant weitere Expeditionen in die bolivianischen Anden und nach Island. Auch sie haben nur ein Ziel. Zu beweisen, dass alle zivilisatorischen Leistungen das Werk einer vermeintlichen germanischen Rasse seien. Von der chinesischen Mauer bis hin zu den Städten der Andenvölker. Während Hitler die Aufrüstung Deutschlands vorantreibt und Pläne zur Eroberung Europas macht, richtet Himmler die deutsche Wissenschaft nach seinen Vorstellungen aus. Seine Forderungen an das Ahnenerbe entspringen seiner Tageslektüre, Gesprächen mit Hitler oder momentanen Eingebungen. Hinter seinen runden Brillengläsern ist der Diplomlandwirt durchdrungen von einer mystischen Weltsicht. Frei von jeder akademischen Skepsis mischt der Dilettant Geschichte und Mythologie zu einem Universum nach seiner Fasson. Er ist überzeugt, dass die Figuren der nordischen Sagas, der Göttervater Odin oder Thor, der Gott des Donners, die ersten Germanen gewesen seien und über ein überlegendes Wissen verfügt hätten. In einem Brief an das Ahnenerbe verlangt er Lassen Sie doch einmal nachforschen, wo überall in der nordgermanischen arischen Kulturwelt der Begriff des Blitzstrahles, des Donnerkeils, des Torhammers oder des fliegenden oder geworfenen Hammers auftritt. Weiter, wobei Skulpturen der Gott mit einem kleinen Faustkeil in der Hand aus dem Blitze hervorzucken abgebildet ist. Ich habe nämlich die Überzeugung, dass es sich hier nicht um den natürlichen Donner und Blitz handelt, sondern dass es sich hier um ein früheres, hochentwickeltes Kriegswerkzeug unserer Vorfahren und dass eine unerhörte Kenntnis der Elektrizität voraussetzte handelt. Demzufolge hätten die ersten Germanen also auch die Elektrizität gezähmt. Mehr als ein Jahrtausend vor dem Italiener Volta oder dem Amerikaner Addison bleibt nur noch diese Kenntnis wieder zugänglich zu machen. Das Erschreckende ist natürlich, dass in dieser Zeit so etwas in Deutschland möglich war und dass unter der Protektion von Himmler und seinen direkten Helfern das nicht infrage gestellt werden konnte. Das Erschreckende ist eben, dass das Ahnenerbe Absurditäten toleriert hat, ja gefördert hat. Je esoterischer eine These, desto mehr kann sich Himmler für sie begeistern. Und so folgt ein bizarrer Forschungsauftrag auf den anderen. Himmler will wissen, welchen Einfluss das sogenannte griechische Profil auf die soldatischen Qualitäten des Einzelnen hat und ordnet die Aufstellung einer Waffen-SS-Einheit aus Männern mit geraden Nasenrücken an. Er gibt eine Studie zur Untersuchung der Fruchtbarkeit germanischer Frauen in Vollmondnächten in Auftrag. Dann wieder sind er über archäologische Ausgrabungen nach, die Platons sagenhaften untergegangenen Kontinent Atlantis suchen sollen, der natürlich irgendwo in der Nordsee zu finden sein müsse. Diese Leute, die nach Sachen wie Tores Hammer oder dem Heiligen Gral suchten, waren teils irre, teils verblendet oder Amateure, die wie Sektenanhänger krankhaft an Dinge glaubten, die es nicht gibt. Andere wussten, dass das Unfug war. Aber sie spielten mit aus Opportunismus und weil sie es sich ganz einfach nicht mit Himmler verderben wollten. Himmler lässt für die SS ein Ordenszentrum errichten und zu diesem Zweck die Wewelsburg bei Paderborn umbauen, die als Städte der Indoktrination und als Schauplatz kultischer Rituale geplant wird. In der Krypta über einer stilisierten schwarzen Sonne sollen die Spitzen der SS auf die bedingungslose Treue zu ihrem weltanschaulichen Auftrag eingeschworen werden. Wir haben es mit einem System zu tun, sowohl beim Ahnenerbe als auch bei der SS, in dem es möglich ist, dass Himmler in einem Brief schreibt, gut, wir werden den Mondkalender einführen, aber wir müssen uns bewusst sein, dass es den Mondkalender erst geben kann, seit der Mond um die Erde kreist. Ja, was denn sonst? Glaubt er etwa, dass es irgendwann in der Vorgeschichte keinen Mond gegeben habe? Und im nächsten Brief erteilt er detaillierteste Anweisungen zur Rüstungsproduktion, wie ein moderner Manager. Und genau diese Doppelgesichtigkeit. Einerseits eine Weltsicht, die irrwitzig erscheint, andererseits ein modernes Management ist es, was die SS ausmacht. Hitler ist von den esoterischen Höhenflügen seines Gefolgsmanns eher belustigt. Aber erhebt ein Minderwertigkeitskomplex gegenüber den großen Bauwerken der Römer und der Griechen. Um ihm zu gefallen, beginnt Himmler, die Wissenschaft zu manipulieren. Er lässt im Rahmen des Ahnenerbes eine Abteilung einrichten, die die griechisch-römische Antike studieren und dem historischen Erbe eines vermeintlichen Germanentums eingliedern soll. Das Ergebnis? Römer und Griechen seien den Germanen nicht überlegen gewesen, sondern sie seien selbst Germanen. Die Logik ist einfach. Alles, was der andere mir voraus hat, muss er von mir haben. Wenn Rom und Athen so großartig waren, dann, so Hitler, musste es einfach irgendwann germanische Einflüsse gegeben haben. Das heißt, Romulus und Remus, die mythischen Gründer Roms, waren nordische Einwanderer und Flüchtlinge. Das gleiche gilt für Sparta, für das persische Großreich und so weiter und so weiter. Und der Nationalsozialismus sei das direkte Erbe dieser nordischen Vorzeit, die der Ursprung für praktisch alles ist, was in Europa kulturell und politisch bemerkenswert war. Expeditionen und Ausgrabungen reichen nicht aus, um die angebliche germanische Überlegenheit zu beweisen. Um den Anspruch auf das Erbe einer grandiosen Vergangenheit zu demonstrieren, muss die Vergangenheit dem Volk leibhaftig vor Augen geführt werden. Zum Tag der deutschen Kunst in München paradieren 1937 mehr als 5000 Teilnehmer in einem drei Kilometer langen Zug durch die Stadt. Pappmaché-Skulpturen sollen den Deutschen die Größe ihrer Ahnen zeigen. Die Verschmelzung ist vollzogen. Griechen und Römer sind nichts als Nutznießer germanischer Genialität. Der Aria ist Schöpfer aller Künste. Hitler selbst entwarft die Standarten der SA nach römischen Vorbildern. Der Bezug auf Rom durchdringt alle künstlerischen Bereiche. Die Bildhauer Arno Breka und Josef Thorak schaffen gigantische Statuen von Super-Ariern. Auch die Architektur verfällt dem Größenwahn. Aus Berlin soll Germania werden. Eine Hauptstadt mit überdimensionierten Prachtstraßen und Stadien, die alles bisherige in den Schatten stellen. Eine Metropole blendender als das antike Rom, um jedem Deutschen die Größe seines Landes bewusst zu machen. 1935 war das Ahnenerbe ausschließlich der Völkerkunde und der germanischen Frühzeit gewidmet. Drei Jahre später erstrecken sich die Aktivitäten auf nahezu alle Bereiche der Wissenschaft. Angelockt von den reichlich zur Verfügung stehenden Mitteln, dienen sich Forscher der größten Universitäten mit ihren Projekten der Organisation an. Die deutschen Wissenschaftler haben die Wahl. Zwischen Mitmachen, Schweigen und dem Exil. Jüdische Professoren dürfen seit 1933 nicht mehr lehren. Mehrere Nobelpreisträger haben das Land verlassen. So Albert Einstein und James Frank, zwei führende Köpfe der Atomphysik. Himmler strebt an, mit seinem ehrgeizigen Projekt die gesamte akademische Forschung zu vereinnahmen. Die SS soll zur obersten wissenschaftlichen Instanz Deutschlands werden. Eine Forschungspolizei, die nicht nur die Berufung sämtlicher Professoren kontrolliert, sondern auch ihre Publikationen und ihre Lehre. Eine derartige Organisation kostet. Aber bald wird die Finanzierung durch üppige Zuschüsse von Seiten der großen Industrieunternehmen ergänzt, die um Rüstungsaufträge buhlen und sich so Himmlers Gunst erkaufen wollen. Auch aus einer weiteren Quelle fließen Mittel. Walter Dare, mittlerweile Landwirtschaftsminister, lenkt unter der Hand Gelder aus dem Etat seines Ministeriums in die Projekte der SS. Aber es gibt auch kuriosere Wege der Finanzierung. Ein Sympathisant der Partei hat ein reflektierendes Fahrradpedal erfunden, das die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht. Als Chef der deutschen Polizei ordnet Himmler an, alle Fahrräder müssen mit dem neuen Sicherheitspedal ausgerüstet werden. Der Erfinder revanchiert sich mit großzügigen Zuwendungen an das Ahnenerbe. Seit seiner Gründung hat das Ahnenerbe das Loblied der vermeintlichen germanischen Vergangenheit gesungen und die Ergebnisse seiner Forschungen dem Weltbild der Nazis angepasst. Ihre Propaganda hat die deutsche Gesellschaft durchdrungen. Die Köpfe sind formatiert. Viele Deutsche wollen glauben, dass ihre Vergangenheit ruhmreich sei, ihre Kultur allen anderen überlegen, dass ihr Volk groß sei. Sie sind bereit, die Welt zu unterwerfen. Am 1. September 1939 ist es soweit. Die Wehrmacht marschiert in Polen ein, das nach wenigen Wochen erobert ist. Der Krieg macht Expeditionen in ferne Länder unmöglich. Aber das Ahnenerbe verfügt jetzt über ein neues Betätigungsfeld. Die besetzten Gebiete. Auch die Geisteswissenschaften sind aufgerufen, sich an den Kriegsanstrengungen zu beteiligen. Das Ahnenerbe hat inzwischen einen neuen Chef. Wolfram Sievers. Mitglied des sogenannten Freundeskreises Reichsführer SS. Der 34-Jährige, der hier neben Himmler paradiert, hat eine Idee. Seine Forscher brauchen neue Aufgaben. Und so schickt er den Prähistoriker Peter Paulsen nach Polen, um das archäologische und kunstgeschichtliche Erbe des Landes plündern zu lassen. Die Methoden der Wissenschaftler des Sonderkommandos Paulsen sind ebenso umfassend wie brutal. Die archäologischen Museen und Sammlungen von Warschau, Krakau und Poznain werden in einem kulturellen Kahlschlag ausgeräumt. Der Feidstoßaltar der Kathedrale von Krakau, ein Meisterwerk aus dem 15. Jahrhundert, wird zerlegt und in Kisten nach Deutschland geschafft. Diese Plünderungen hatten zwei Ziele. Erstens, die behaupteten Ursprünge der nordisch-germanischen Kultur auch für Polen nachzuweisen, um zu legitimieren, dass es sich lediglich um eine Rückkehr der Germanen in ihr einstiges Territorium gehandelt habe. Zweitens, die Vernichtung der polnischen Kultur. Es war eine Jagd nach Trophäen, die einer gewissen Beutementalität der Nazi-Archäologie entsprach. Die geraubten Gegenstände werden nach Berlin gebracht oder landen in Himmlers Wiewelsburg. Aus Geschichtsfälschern sind gewöhnliche Plünderer geworden. Man hat das nicht so als Plünderung dargestellt. Man hat also wirklich versucht, hier andere Begriffe zu finden. Ja, man nannte das Rückführungen, Sicherungen und noch viele andere Begriffe, die man also fand für diese Aktionen. Die Juden Polens werden in Ghettos zusammengetrieben. Inzwischen bedienen sich die Deutschen in ihren Wohnungen. Ein SS-Archäologe schreibt mit unverhohlenem Zynismus an Wolfram Sievers, dem neuen Chef des Ahnenerbes, eine erkleckliche Anzahl von Kunstwerken und Bibliotheken habe ihre Eigentümer verloren. Das Plündern war natürlich zum großen Teil Selbstzweck. Himmler war das bewusst, aber er konnte das ohne weiteres mit seinen pseudowissenschaftlichen Zielen in Eintlang bringen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Raub und Zerstörung des historischen und kulturellen Erbes sollen die Vergangenheit des Landes und damit Polen selbst auslöschen, das in den Augen der Nazis als Nation nicht existiert. Alles, was eben das Slawentum betraf, die slawische Kultur, sollte eben ausgeschaltet und zerstört werden. Um natürlich zu zeigen, dass Deutschtum, das Germanentum schon immer vorherrschend war auf dem polnischen Territorium. Im Mai 1940 befiehlt Hitler den Angriff im Westen. Im Gefolge der deutschen Truppen, deutsche Archäologen. Ihre Mission? Frankreich zu zerstückeln und das Land westlich des Rheins zu germanisieren. Die Archäologie und die Geschichtsforschung werden herangezogen, um die Grenzen des neuen Großdeutschlands festzulegen. Soll es sich über ganz Europa, also über ganz Frankreich bis zum Atlantik erstrecken? Oder soll es Grenzen haben? Später wurde sogar versucht zu zeigen, dass die Gesamtheit der eroberten Länder schon sehr früh von Germanen besiedelt worden sei. Selbst steinzeitliche Faustkeile, die im 19. Jahrhundert im Sommtal gefunden wurden, seien möglicherweise das Werk prähistorischer germanischer Menschen. Alles um die französische Vorgeschichte zu germanisieren. Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Dänemark werden zum Forschungsgebiet der SS-Archäologen. Sie stellen ihre Wissenschaft bereitwillig in den Dienst der Eroberer. Und so legt denn Gustav Rieck, Archäologe und Mitglied des Ahnenerbes, seine SS-Offiziersmütze höchst symbolisch inmitten einer Ausgrabung ab. Aber die Wissenschaftler betätigen sich nicht nur als Forscher. Als im Juni 1941 die deutsche Invasion der Sowjetunion beginnt, schickt das Ahnenerbe seine renommiertesten Archäologen in die eroberten Gebiete. Aber die Männer der Wissenschaft begnügen sich nicht mit Ausgrabungen. Sie werden von Kampftruppen begleitet und geschützt. Vor allem durch Einheiten der Waffen-SS. Und durch die Kommandos der Einsatzgruppen, die den Auftrag haben, alle Juden, die sie antreffen, zu ermorden. Mehrere Archäologen waren in die Ermordung der russischen Juden verwickelt. Vor allem Herbert Jankun. Er war einer dieser Intellektuellen des Kampfes, wie es im Nazi-Jargon hieß, und hatte sich freiwillig zu einer Einheit der Waffen-SS gemeldet. Der Panzerdivision Viking, die an der Ostfront kämpfte und, wie wir heute wissen, an Massenerschießungen beteiligt war. Wenn die Divisionen eine Ortschaft erobert haben, ermorden die Einsatzgruppen die Juden. Anschließend plündern die Archäologen die Museen und die Wohnungen. Das Ineinandergreifen von Mord und Plünderung ist kein Zufall. Es sind zwei Aspekte der gleichen Politik. Das vermeintliche Germanentum zu propagieren und dessen ebenso vermeintliche Feinde zu vernichten. Diese Männer konnten die Woche über auf einer Ausgrabung arbeiten und am Wochenende in einem Konzentrationslager. Oder längere Zeit Feldforschung betreiben und dann in der Ukraine in einer Division der Waffen-SS dienst tun. Das trifft für eine ganze Reihe von Archäologen zu. In diesen Einsatzgruppen waren zum Teil eben hochprofessionelle Leute dabei, promovierte Juristen, promovierte Historiker, promovierte Germanisten. Ein sehr gutes Beispiel ist Dr. Bruno Müller. Er war Jurist und hatte eine großartige Doktorarbeit über internationales Recht geschrieben. Und dann ging er als Leiter eines Einsatzkommandos in die UdSSR. Anfang August 1941 gibt er in dem kleinen Ort Tegina bei einem Massaker an Juden den Befehl, auch die Frauen und Kinder zu erschießen. Um seinen Männern zu zeigen, was sie tun sollen, tritt er auf eine Frau und ihr dreijähriges Kind zu und erschießt erst das Kind und dann die Mutter. Das heißt, die Beteiligung deutscher Wissenschaftler am Aggressionskrieg war eine fast allgemeine und lässt sich eben nicht auf ein oder zwei Institutionen reduzieren. Das ist eine der großen wissenschaftlichen Entdeckungen der letzten Jahrzehnte gewesen, die natürlich auf großen Widerstand auch so ein bisschen in der deutschen öffentlichen Meinung gestoßen ist, weil es sehr unbequem ist zu wissen, dass alle an diesem Krieg irgendwie beteiligt waren und von diesem Krieg vielleicht sogar auch profitiert haben. Himmler begibt sich mehrfach an die Ostfront. Die Kolonisierung der Ukraine und der Krim werden geplant. Im Oktober 1942 beschließt er die Anlage einer ersten Mustersiedlung in der Nähe von Kiew. In wenigen Tagen werden fast 15.000 Ukrainer in Arbeitslager deportiert. Kurz darauf treffen die ersten Siedler unter dem Schutz deutscher Panzer ein. Die Besiedlungspolitik der Nazis kennt keine Halbheiten. Die Dörfer werden sogenannten Volksdeutschen zugewiesen. Lediglich Einheimische mit sogenannter nordischer Erscheinung dürfen bleiben. Slawen werden entfernt. Die Idee ist schlicht und einfach, eine Bevölkerung, eine Kultur durch eine andere zu ersetzen. Für die Nazis ist es ein Akt der Restauration, bei dem die einheimische Kultur ausgelöscht und durch die vermeintlich germanische ersetzt wird. Und wenn der andere keine Geschichte und kein Land mehr hat, ist er ein Migrant, der in Lager gesperrt oder aus der Welt geschafft werden kann. Himmler ist begeistert. Er schreibt, das werde die größte Umsiedlung, die die Welt je gesehen habe. Wenn diese Aufgabe bewältigt sei, werde der Name Adolf Hitlers der größte der deutschen Geschichte sein. Und er sei es, der damit beauftragt sei. Auf neuartigen Betrieben sollen die Bauern festgelegte Quoten an Milch und Getreide produzieren, um die SS auf ihrem Vormarsch zu versorgen. Die Siedlungspläne der Nazis reichen weit. Um den Siedlern die Eingewöhnung zu erleichtern, wird alles nur Denkbare aufgeboten. Die SS mobilisiert Urbanisten, Geografen, Landschaftsplaner. Es müssen neue Arten von Bäumen gepflanzt, Nutztiere herangeschafft werden. Es muss eine Architektur aus dem Boden gestampft werden, die es vorher nicht gab. Alles um eine typisch germanische Landschaft zu schaffen. Oder zumindest das, was die Nazis dafür hielten. Wir brechen die Erde mit eiserner Klinge, dass Frucht sie bringe und Wohlstand werde. Wir wollen es schaffen, das deutsche Jahrtausend. Von Anfang an war die Aufgabe des Ahnenerbes nicht die Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis um ihrer Selbstwillen, sondern die Propagierung und Verbreitung eines vermeintlichen germanischen Rasseideals. Archäologie, Geschichtsforschung und Ethnologie sollten beweisen, dass unermessliche Territorien einst von Germanen besiedelt waren. Alles um zu belegen, dass es eine biologisch überlegene Rasse gäbe und andere, sogenannte Minderwertige, nur dazu da seien, ausgebeutet und am Ende vernichtet zu werden. Für die Nazi-Wissenschaftler zählt nur eins, mit ihren Disziplinen einen Beitrag zum Sieg zu leisten. Koste es, was es wolle. Deutsche Forscher arbeiten an einem ehrgeizigen Projekt, einer ballistischen Rakete. Die V2 ist der erste Flugkörper, der die Grenze zum Weltraum durchstößt. Von ihren mobilen Abschussrampen aus kann sie in wenigen Minuten England erreichen. Himmler wittert das Prestige, das mit diesem technologischen Durchbruch verbunden ist. Nach und nach zieht er das Projekt an sich. Die Wunderwaffen, wie die Nazi-Propaganda sie nennt, sollen endlich den vielbeschworenen Endsieg bringen. 1943 beschließen die Verantwortlichen, dass für die Serienfertigung Häftlinge aus Konzentrationslagern eingesetzt werden sollen. Als Produktionsstätte wird ein Stollensystem in Thüringen gewählt. Die berüchtigte Grube Dora. Dora wird zum Synonym für das Martyrium zehntausender Zwangsarbeiter, die in den feuchten Tunneln bei einer Temperatur um die 8 Grad vegetieren. Während über der Erde ein Versuchsstart auf den anderen folgt, wird in den Stollen das Fertigungstempo gnadenlos erhöht. Mit jedem Tag steigt die Anzahl der Opfer von Auszehrung und brutaler Gewalt. Aber die versklavten Häftlinge in den Lagern sollen auch auf andere Weise der Wissenschaft und der Medizin dienen. Nicht mit ihrer Arbeitskraft, sondern mit ihren Körpern. Die medizinische Forschung ist unter den Nazis vor allem auf ihre militärische Verwendbarkeit ausgerichtet. Und für entsprechende Versuche gibt es in den Konzentrationslagern ja lebendes Material im Überfluss. Und so nutzen deutsche Forscher und Ärzte die Gelegenheit und planen ohne Bedenken menschenverachtende Experimente, die der Truppe zugutekommen und gleichzeitig ihren eigenen wissenschaftlichen Ehrgeiz befriedigen sollen. So beantragt Dr. Siegmund Rascher, Arzt und Mitglied des Ahnenerbes, 1941 bei Himmler den Einsatz von KZ-Häftlingen aus dem Lager Dachau für medizinische Versuchsreihen. Die Genehmigung erfolgt prompt. Das Leben einiger sogenannter rassisch-minderwertiger hat für Himmler ohnehin keinerlei Wert. Er erklärt, ob bei dem Bau eines Panzergrabens 10.000 russische Weiber an Entkräftung umfallen oder nicht, interessiert mich nur so weit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird. Sigmund Rascher forscht für die Luftwaffe. Er will unter anderem herausfinden, wie lange ein abgeschossener Pilot im Meer überleben kann. Der Mediziner weiß auch schon wie. Er legt die ihm zur Verfügung gestellten KZ-Häftlinge in Wannen mit kaltem Wasser. Rascher lässt regelmäßig Eisbrocken hinzufügen, um die Temperatur zwischen 4 und 9 Grad zu halten. Währenddessen zeichnet er auf, nach welchen Zeiträumen der Tod eintritt. Er maßt die Körpertemperatur mit einer Rektalsonde und befestigte ein Stethoskop unter der Fliegerkombination, um den Herzschlag zu registrieren. Er nahm Blutproben und injizierte Wirkstoffe über einen Katheter. Und er führte Rückenmarkspunktionen durch, um Gehirnflüssigkeit zu gewinnen. In seinem Bericht schrieb er, dass ein menschlicher Körper niedrige Temperaturen mehrere Stunden lang aushalten könne. An den hochverehrten Reichsführer Himmler schreibt Rascher, Auschwitz ist für einen derartigen Reihenversuch in jeder Beziehung besser geeignet als Dachau, da es dort kälter ist und durch die Größe des Geländes im Lager selbst weniger Aufsehen erregt wird. Die Versuchspersonen brüllen, wenn sie sehr frieren. Die deutschen Wissenschaftler sind bestens ausgerüstet, um die Reaktionen eines Piloten in extremen Fluglagen zu testen. Aber für die gefährlichsten Versuche ist ihnen das Leben von Ariane zu schade. Wenn sie britische Flugzeuge bekämpfen wollen, die deutsche Städte aus großer Höhe bombardieren, müssen sie ein Flugzeug erfinden, das noch höher fliegt und diese britischen Maschinen abschießen kann. Das heißt, sie müssen wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in den Kampfeinsatz übertragen. Und wie machen sie das? Sie gehen nach Dachau, nehmen eine Druckkammer mit, setzen ein paar Juden oder katholische Priester aus Polen hinein, erhöhen den Druck und beobachten, wie lange sie das aushalten, bis sie sterben. Die Opfer werden von Krämpfen geschüttelt, gelähmt, verenden schreiend unter wahnsinnigen Schmerzen. Rascher fotografiert ihren Todeskampf. Er protokolliert minutiös, bei welchem Druck ein Organ platzt oder kollabiert. Als die Versuchsreihe beendet ist, hat Rascher auf diese Art mehr als 80 Menschen ermordet. Darüber hinaus experimentiert er mit chemischen Substanzen, von denen er sich eine blutungsstillende Wirkung verspricht. Rascher versuchte die Wirkung eines vermeintlichen Wundermittels zum Stoppen von Blutungen nachzuweisen. Das Medikament hieß Polygal, ein Produkt auf Pektinbasis, im Prinzip ein Geliermittel, wie es normalerweise bei der Herstellung von Marmelade verwendet wird. Um seine Anwendung zu testen, ließ sich rascher Häftlinge kommen und schoss auf sie. Sie schossen auf Häftlinge, damit Blut floss. Dann gaben sie ihnen dieses sogenannte Medikament, ohne Erfolg. Es kam nichts dabei heraus. Niemand hat nach 1945 je von den Ergebnissen dieser Experimente Gebrauch gemacht. Es wäre natürlich auch schrecklich unethisch gewesen. Für Rascher und seinesgleichen sind ihre Versuchspersonen lediglich Menschenmaterial, über das sie in beliebiger Menge verfügen können. Die Qualen und der Tod ihrer Opfer berühren sie nicht. Nachdem sie die Geschichte gefälscht haben, um die Eroberungskriege des sogenannten Dritten Reiches zu rechtfertigen, sind die Nazi-Wissenschaftler in ihren Laboren zu Serienmördern geworden. Die Frage, die sich angesichts dieser Art von Medizin stellt, ist die nach dem Hippokratischen Eid. Jeder abendländische Arzt kennt ihn und hat geschworen, seinen Patienten nicht zu schaden. Aber bedeutete es für einen Nazi-Arzt zu schaden, wenn er einem Russen schadet? Nein, weil der für ihn ein Untermensch ist. Und ein Untermensch ist nach dieser Logik ein ideales Versuchstier, weil er dem Menschen näher steht als Mäuse oder Kaninchen, an denen üblicherweise experimentiert wird. Der Erfindungsreichtum dieser Männer bei ihren Experimenten ist unvorstellbar. Sie hatten eine nahezu unbegrenzte Anzahl an menschlichen Versuchsobjekten, die ihnen ausgeliefert waren. Ihr Sadismus wurde allenfalls durch die Begrenztheit ihrer eigenen Fantasie beschränkt. Während in den Laboratorien der NS-Ärzte Horror-Experimente stattfinden, geht der Vernichtungskrieg im Osten weiter. Aber der Vormarsch in die Sowjetunion stellt die Mörder der SS vor ein Problem. Wie sollen sie in Territorien, in denen Dutzende von Ethnien leben, vermeintliche Aria von Slaven und Juden unterscheiden? Wissenschaftler werden entsandt, um in den eroberten Gebieten bei der Identifizierung von Juden zu helfen. Anthropologen wie Hans Fleischhacker sollen der SS klare Vorgaben dafür liefern, wer verschont werden kann und wer vernichtet werden müsse. Fleischhacker hatte eine Studie an Einwohnern eines Ghettos veröffentlicht, die den Titel trug Das Hautleistensystem auf Fingerbeeren und Handflächen bei Juden. Seine Schlussfolgerung? Die Handflächen von Juden bewiesen eindeutig, dass diese nichts mit Europäern gemein hätten. Vor Ort jedoch ist Fleischhacker nicht in der Lage, Juden an ihren Handflächen zu erkennen. Um das vermeintliche Rätsel zu lösen, begehen die Männer des Ahnenerbes eine der schlimmsten Gräueltaten des Krieges. Mit dabei Bruno Beger, der drei Jahre zuvor aus Tibet zurückgekehrt war, wo er hunderte von Einwohnern vermessen hatte. Wie schon viele andere Wissenschaftler vor ihm, wird jetzt auch er zum Mittäter bei einem Massenmord. Bruno Beger war von der Frage besessen, wer ist Jude? Und Himmler nährte diese Besessenheit, weil den ganzen Krieg hindurch keine Antwort auf diese für die Nazis wesentliche Frage gefunden werden konnte. Wie ließ sich ein Jude erkennen? Beger wollte das klären. Er wollte Himmler eine Grafik mit Zahlen, Messungen und Maßstäben vorlegen und sagen, Reichsführer, wir haben das Problem gelöst. Dahinter stand natürlich auch immer der Drang, Karriere zu machen, einen Lehrstuhl an einer Universität zu bekommen. Auf Anweisung von Wolfram Sievers, dem Leiter des Ahnenerbes, soll Beger mit Professor August Hirt zusammenarbeiten. Hirt, ein Veteran des Ersten Weltkriegs, mit durchschossenem Oberkiefer, leitet das Anatomische Institut der 1941 gegründeten sogenannten Reichsuniversität Straßburg. Die beiden Männer konzipieren ein Projekt, eine Sammlung jüdischer Skelette. Am 9. Februar 1943 schreiben sie an Himmler, von nahezu allen Rassen und Völkern sind Schädelsammlungen vorhanden. Nur von den Juden stehen der Wissenschaft wenig Schädel zur Verfügung. Der Krieg im Osten bietet uns die Gelegenheit, diesem Mangel abzuhelfen. In den jüdisch-bolschewistischen Kommissaren, die ein widerliches, aber charakteristisches Untermenschentum verkörpern, haben wir die Möglichkeit, uns ein greifbares wissenschaftliches Dokument zu erwerben, in dem wir uns ihre Schädel sichern. Hirt glaubte, sein Institut sei der geeignete Ort für eine derartige Sammlung. Der Hintergedanke, auch wenn es im Brief an Himmler nicht ausdrücklich gesagt wird, war natürlich, dass es nach dem Krieg keine Juden mehr geben würde. Und dass deshalb Exemplare jüdischer Menschen in einer Art Museum bewahrt werden müssten, so wie Exemplare ausgestorbene Tierarten in einer zoologischen Sammlung. Und so wird im Namen der Wissenschaft eine Art repräsentativer Genozid geplant und vorbereitet. Nicht von den verrohten Massenmördern der Einsatzkommandos, sondern von etablierten Akademikern. Nach einigen Monaten administrativen Hin und Heers erhält Wolfram Sievers von Himmler grünes Licht für die Sammlung. Hirt solle an Menschenmaterial bekommen, was immer er verlange. Um die entsprechenden Objekte auszusuchen, begibt sich Bruno Beger am 7. Juni 1943 in den größten Konzentrationslagerkomplex der Nazimaschinerie. Auschwitz-Birkenau. Beger ordert Juden aus ganz Europa. Griechen, Deutsche, Belgier, Polen, Holländer, Franzosen. Kriterien sind ihre geografische Herkunft und ihr Gesundheitszustand. Ihnen wird eine bessere Behandlung versprochen. Aber sie werden nicht in Auschwitz getötet. Das Lager in Polen ist zu weit von Straßburg entfernt. Auf dem Transport könnte bei den Leichen die Verwesung einsetzen und ihre Verwendbarkeit beeinträchtigen. Beger und Sievers erhalten die Erlaubnis, einen Transport zu organisieren. Ein Sonderzug wird bereitgestellt. Die Häftlinge werden von Polen in das Lager Natzweiler Struthof, 30 Kilometer südwestlich von Straßburg, verlegt. Nach zwei Tagen treffen die Überlebenden am Ende ihrer Kräfte im Elsass ein. Sie kamen am 2. August 1943 in Natzweiler an. Laut Aussage eines SS-Wachmanns waren drei Männer in den Waggons gestorben. Das erklärt, dass an diesem Tag 86 Personen als Eingänge registriert wurden, 29 Frauen und 57 Männer. Diese 86 Juden wurden in einem abgelegenen Sonderblock unter Quarantäne gestellt. Sie durften keinen Kontakt mit den anderen Lagerinsassen haben. Sie mussten nicht arbeiten, aber ihnen wurde befohlen, nichts zu tun, was andere Häftlinge veranlassen könnte, um eine Verlegung in ihren Block zu bitten. Um möglichst unversehrte Leichen zu erhalten, beschließen die Wissenschaftler, die Opfer zu vergasen. Dazu wird ein Festsaal außerhalb des Lagers umgebaut. Techniker installieren eine kleine Gaskammer von knapp 10 Quadratmetern Grundfläche. Es ist die einzige Gaskammer, die im besetzten Frankreich oder in seinen von Deutschland annektierten Landesteilen zum Einsatz kam. Es ist der einzige Fall in der Geschichte der Shoah, dass eine Gaskammer allein für rassische Experimente eingesetzt wurde. Sie hatte nur den Zweck, diese Menschen, die aus Auschwitz geholt worden waren, zu ermorden. Die Menschen, die aus Auschwitz geholt wurden von Auschwitz. Und nur diejenigen, die da. J'ai été prévenu das Tag. Ein civiler war hier oben, das war hier oben. Er hat mir gesagt, das war heute. Das war 20. 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 Die Opfer werden in kleinen Gruppen in die Kammer getrunken. 20. 50 Männer und 29 Frauen werden so im Namen der Wissenschaft mit Gas ermordet. Die Leichen wurden nach und nach in Hirtz' anatomisches Institut in Straßburg gebracht. Sie wurden in spezielle Tanks gelegt, die mit synthetischem Alkohol gefüllt waren. Dann sollten mithilfe einer besonderen Flüssigkeit das Fleisch und die Organe aufgelöst werden, bis nur noch die Skelette übrig gewesen wären. Die Geschichte hätte so enden können, ohne dass je etwas ans Licht gekommen wäre. Aber in Hirts Institut arbeitet ein gewisser Henri-Henri-Pierre, ein Elsässer, der 1941 als Heinrich Hinzpeter die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt hatte als Gehilfe im Leichenkeller. Angesichts des Zustands der Toten kommt ihm ein Verdacht. Henri-Pierre arbeitete also seit einiger Zeit im anatomischen Institut. Die Leichen, die er bis dahin gesehen hatte, vor allem die von sowjetischen Häftlingen, waren verstümmelt. Oder wiesen Anzeichen von Misshandlungen auf. Aber diese Körper schienen quasi noch am Leben zu sein, ohne jede äußere Verletzung. Er stellte fest, dass die Körper fast noch warm waren und auf einen eher guten Gesundheitszustand schließen ließen. Einige wiesen Schlagspuren auf. Die Adern in den Augen waren geplatzt, und zwar bei allen. Daraus schloss Henri-Pierre, dass es sich um eine kollektive Tötung durch Gas handeln, dass hier ein Verbrechen passiert sein müsse. Daraufhin tat Henri-Pierre etwas Entscheidendes. Er notierte die Nummer, die jedem Auschwitz-Häftling in den linken Unterarm tätowiert wurde. Selbstverständlich ohne, dass seine Vorgesetzten es merkten. Er riskierte damit sein Leben. Er ist sicherlich, denn da, er ist in danger de mort. Er ist sicherlich, denn da, er ist sicherlich, dass sie sich um die Welt zu kommen. In seinem Labor verstümmelt Hirth einige Leichen scheinbar grundlos und entnimmt Gewebe von verschiedenen Körperteilen. Die Aufnahmen, die nach der Befreiung entstanden, sind kaum zu ertragen. Nach Hitlers Machtantritt suchten die deutschen Archäologen nach Skeletten. Zehn Jahre später produzieren sie sie. Das ist meiner Ansicht nach der Tiefpunkt in der Geschichte des Nationalsozialismus. Nie zuvor wurde der Rassenwahn so weit getrieben wie in den Experimenten Hirth. August Hirths Projekt ist geradezu symbolisch für alle Verbrechen, die von Wissenschaftlern im Nationalsozialismus begangen wurden. Sie ermordeten Juden aus ganz Europa. Das ist wie ein Resümee, ein Konzentrat der Shoah, der Auslöschung des europäischen Judentums. Gleichzeitig ist es der Gipfelpunkt einer verbrecherischen Wissenschaft, die Menschen nicht mehr als Menschen betrachtet, sondern als Material, mit dem umgesprungen werden kann, wie es einem beliebt. Die Beteiligten ermordeten gesunde Menschen, um sie in Museumsstücke zu verwandeln. Da haben sie das ganze Grauen der Nazimedizin in einem einzigen Projekt. Schädel, Skelette, aufgereiht und in Büchern aufgelistet. Und das für wissenschaftliche Zwecke. Forschungsergebnisse auf Massenmord zu gründen, ist der tiefste Abgrund der Verdorbenheit. Seit Anfang 1943 ist Deutschland an allen Fronten in der Defensive. Die Westalliierten sind in Nordafrika gelandet. In Stalingrad haben die sowjetischen Untermenschen die Herrenmenschen der Wehrmacht geschlagen. Rückzug folgt auf Rückzug. Aber auch angesichts der absehbaren Niederlage setzten die Naziforscher ihre Experimente in den Konzentrationslagern fort. In Struthuf führt der Arzt Eugen Hagen Typhusversuche durch. Er injiziert das Virus Sinti und Roma, die er aus Auschwitz kommen lässt. Der Mediziner Otto Bickenbach setzt seine Versuchspersonen Vosgen aus, einem farblosen Gas, das die Lunge zerfrisst. In Auschwitz forscht Kai Klauberg über die Sterilisierung von Frauen, indem er seinen Opfern ein toxisches Mittel in die Gebärmutter injiziert. Hunderte sterben an den Folgen. Josef Mengele experimentiert an Zwillingen, die er bei der Ankunft in Auschwitz an der Rampe auswählt. So bedienen sich zahllose deutsche Wissenschaftler in den Lagern. Außer an seiner Skelettsammlung arbeitet August Hirt in Straßburg an einem Projekt zur Erprobung von Senfgas, das er Häftlingen auf die Arme aufbringen lässt. Als er aus Versehen etwas von dem Gas einatmet, wird er zum Helden, der sein Leben bei kriegswichtigen Experimenten riskiert hat. Wolfram Siewers schreibt an Himmler, Hirt habe seine Gesundheit nicht geschont und man könne ihn sogar als ein Opfer der Wissenschaft sehen, denn seine Arbeiten betreffen eine dermaßen neue Domäne, dass sich Risiken nicht vermeiden ließen. Während seine Opfer sich in ihren Qualen winden, genießt Hirt einen Genesungsurlaub in den österreichischen Alpen. Am 6. Juni 1944 landen die Westalliierten in der Normandie. Eine Woche später schlagen die ersten V1-Raketen in Ost-London ein. Im September folgen ihnen die V2 und detonieren in England und in Antwerpen. Die Propaganda feiert sie als Triumph der nationalsozialistischen Wissenschaft. In den Augen vieler Deutscher sind sie die Wunderwaffe, die am Ende doch noch den Sieg bringen werde. Aber die fliegenden Bomben ändern am Kriegsverlauf nichts mehr. Viele verfehlen ihr Ziel. Oder detonieren schon beim Start. Die Bomber der Alliierten sind effizienter. Während die deutschen Städte in Trümmer fallen, fordert Hitler die Deutschen auf, bis zum Letzten zu kämpfen. Himmler seinerseits fantasiert noch immer von Thors Hammer. Himmler lebte weiter in seiner Blase. Selbst Anfang 1945 verfolgte er noch die Idee eines elektrischen Superhammers, der alle Kommunikationseinrichtungen der Alliierten mit einem Schlag zusammenbrechen lassen würde. Das hat etwas von einem Delirium. Seine Fixierung auf eine moderne Variante von Thors Hammer spricht da Bände. Die Fronten rücken näher. Auf dem Rückzug zerstören die Deutschen die Infrastruktur des eigenen Landes und versuchen die Spuren ihrer Verbrechen zu verwischen. Dazu gehört auch die anatomische Sammlung von August Hirth. Was soll mit den Leichen in Straßburg passieren? Am 4. September 1944 fragt Wolfram Sievers schriftlich bei Himmler an. Er bitte Entscheidung zu folgenden Vorschlägen. Erstens, Sammlung kann erhalten bleiben. Zweitens, Sammlung ist zeitweilig aufzulösen. Drittens, Sammlung ist dem Ganzen aufzulösen. Am 15. Oktober antwortet Himmler. Ein Teil der Sammlung solle noch erhalten bleiben. Es müsse allerdings die Gewehr geboten sein, dass die völlige Auflösung rechtzeitig erfolgen könne, falls die militärische Lage Straßburg gefährdet. Das zeigt, dass den Nazis durchaus bewusst war, was sie getan hatten. Und dass sie wussten, dass die Entdeckung der Sammlung weltweite Empörung auslösen würde. Am 23. November 1944 erreichen die Alliierten Straßburg. Die Bevölkerung jubelt. Aber dann? Die grausigen Funde in den Kellern der Universität. Bilder wie aus einem Horrorfilm. Tanks voller Leichen und Leichenteile. Es ist die anatomische Sammlung August Hirts. Hirts konnte die Skelettierung seiner Opfer nicht vollenden und die Leichen nicht rechtzeitig vernichten. Die Alliierten fanden im anatomischen Institut 17 vollständige Leichen und hunderte von Körperteilen. Arme, Beine, abgeschnittene Köpfe. Alles mehr oder weniger durcheinander. Weil Hirtsassistenten versucht hatten, die Anzahl der Leichen zu vertuschen. Knapp ein halbes Jahr später ist Deutschland endgültig besiegt. Am 30. April 1945 nimmt sich Hitler das Leben. Für die Mitglieder des Ahnenerbes wie für die aller Nazi-Organisationen lautet das Gebot der Stunde, Vernichtung der Archive, Flucht, Untertauchen. Am 7. Mai wird die Gesamtkapitulation in Reims mit Wirkung zum 8. Mai unterzeichnet. Zahlreiche Führungspersönlichkeiten des sogenannten Dritten Reiches lassen sich widerstandslos gefangen nehmen. Aber von einem Mann fehlt jede Spur. Heinrich Himmler ist im Strom der Millionen Flüchtlinge, die in Norddeutschland unterwegs sind, verschwunden. Am 21. Mai wird er in Mainstedt im heutigen Landkreis Rotenburg-Wümme trotz falscher Papiere an einem Kontrollposten von der britischen Militärpolizei erkannt und festgenommen. Bei den anschließenden Vernehmungen in Lüneburg werden ihm Fotos der Leichenberge in den Konzentrationslagern vorgelegt. Der Architekt des Völkermordes, der ohne zu zögern die unmenschlichsten Experimente angeordnet oder genehmigt hat, reagiert ohne sichtliche Emotionen. Möglicherweise habe es in einzelnen Fällen verbrecherische Handlungen einiger irregeleiteter Personen gegeben. Das ist der Haus in Lüneburg, wo Himmler hat den Suiziden. Wenn er sah, dass das Spiel aufsteht, er hat den schnellen Weg rausgebracht. Es ist ein Schade für die Welt dass jemand es nicht für ihn hat, als er geboren wurde. 5 Millionen Töten liegen an diesem Mann's Tür. Er und seine SS representen ein Vögel unparalleled in der Welt historie. Das war Himmler's letzte Killing. Himmler gelingt es, auf eine in einer Zahnlücke verborgene Zyankali-Kapsel zu beißen. Die Briten können nur noch seinen Tod feststellen. Zwei Lüneburger Kriminalbeamte werden beauftragt, einen Abguss von Himmlers Gesicht zu nehmen. Nicht anders, als es die deutschen Anthropologen in Tibet oder in den Lagern getan haben. Dann wird die Leiche in einem nicht gekennzeichneten Grab in der Heidelandschaft beigesetzt. Mit der SS und ihrem Führer verschwindet auch das Ahnenerbe. Im November 1945 beginnt der erste Nürnberger Kriegsverbrecherprozess. Die Hauptverantwortlichen des Naziregimes stehen vor ihren Richtern. Einer nach dem anderen erklärt sich für nicht schuldig. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Bekenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Nicht schuldig. Im Dezember 1946 müssen sich 23 Ärzte und führende Verwaltungsfachleute als Vertreter der staatlichen medizinischen Dienste Deutschlands in Nürnberg verantworten. Der Amerikaner Telford Taylor stellt in seinem Eröffnungsplädoyer die besondere Charakteristik der Angeklagten heraus. Die Angeklagten der Angeklagten der Angeklagten und die Angeklagten der Angeklagten, die diese Angeklagten verursachen, die ihre Angeklagten als weniger als Bäste. Aber viele andere fehlen. August Hirt, der Skeletteur von Straßburg, hat sich kurz nach Kriegsende erschossen. Sigmund Rascher, der Arzt von Dachau, wurde Ende April wegen mehrfacher Kindesentführung – seine Frau hatte insgesamt vier Schwangerschaften vorgetäuscht – durch die SS hingerichtet. Das einzige Mitglied des Ahnenerbes, das in Nürnberg angeklagt wird, ist Wolfram Sievers. Als dessen Geschäftsführer sei er für die verbrecherischen medizinischen Experimente verantwortlich. Die sollten zur Verfügung gestellt werden aus Auschwitz. Der sogenannte Ärzteprozess dauert neun Monate. Nach hunderten von Zeugenaussagen wird am 20. August 1947 das Urteil verkündet. Wolfram Sievers, Militär Tribunal 1 hat sich gefunden und hat Sie verantwortlich für Kriegsbewerden, Kriege gegen die Humanität und die Mitgliedschaft in einer Organisation geklärt hat durch den Juden des Internationalen Militär Tribunals. Militär Tribunal 1 verantwortet Sie, Wolfram Sievers, zu der Tod bei Hanging und Gott hat die Heilung auf Ihren Geist. Am 2. Juni 1948 wird das Urteil vollstreckt. Zwischen 1933 und 1945 haben die Experimente der Nazi-Ärzte fast 100.000 Opfer gefordert. Wissenschaftlicher Größenwahn verband sich mit den niedersten Instinkten. Die Aktivitäten des Ahnenerbes waren nichts anderes als eine groß angelegte Fälschung der Geschichte, mit der die Welt davon überzeugt werden sollte, das deutsche Volk sei zum vermeintlichen Herrenmenschentum bestimmt. Es war ein beispielloser intellektueller Amoklauf, der vor keinem noch so entsetzlichen Verbrechen Halt machte. Auf der Strecke blieb am Ende auch der Ruf der deutschen Wissenschaft. Das Deutschland der Jahre 1900 bis 1930 war weltweit führend im wissenschaftlichen Denken. Max Planck, Einstein, Heisenberg, etc. Sie waren die Leitfiguren der westlichen Wissenschaft und Deutschland war die Nummer 1. Ab 1945 sind das dann die Vereinigten Staaten, wo in Princeton, im Fermilabor in Chicago und an der Universität von Stanford die maßgeblichen Fortschritte in der Physik erreicht werden. Die Nazis haben die deutsche Vorherrschaft in den Wissenschaften während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunichte gemacht. Ganz einfach, indem sie zum einen einen Teil der Wissenschaftler vertrieben und zum anderen ihr System ausreichend attraktiv machten, damit sich der Rest willig und ohne Widerstand in den Dienst ihrer Weltanschauung stellte. Wie können Sie mit dieser Haltung etwas erreichen? Wenn Sie Rassismus mit objektivem Materialismus vermischen. Das ist einer der Gründe, weshalb die Deutschen nie eine Atombombe entwickeln konnten, weil sie nicht länger die richtigen Leute hatten. Sie hatten die jüdischen Physiker, die sehr fähig waren, hinausgeworfen und hatten jetzt nur noch ein paar sogenannte arische Wissenschaftler, die vielleicht mehr oder weniger gut waren, die es aber einfach nicht hinbekamen. Das zeigt die Auswirkungen der Ideologie und was die Nazis davon hatten. Nach dem Krieg beginnt die Entnazifizierung. Sie erfasst weder alle Verantwortlichen des Ahnenerbes noch die Mehrzahl der Wissenschaftler, die mit dem Regime kollaboriert hatten. Die Tribunale der Alliierten interessieren sich nur für jene, die unmittelbar zu Tätern geworden sind. Die anderen kommen glimpflich davon. Die Archäologen, die die Grenzen des sogenannten Reiches neu gezeichnet haben. Die Biologen und Anthropologen, die über das Thema Rasse promovierten. Die Juristen, die Plünderungen und Massenmord gerechtfertigt haben. In den Augen der Richter haben sie kein Blut an den Händen. Schließlich gibt es so viele offensichtliche Verbrecher. Und um sich reinzuwaschen, können sie auf willige Helfer im akademischen Milieu zählen. Sie stellen einander Persil-Scheine aus. Sogenannt nach dem Waschmittel, das selbst die dunkelsten Flecken entfernt. Sie bescheinigen einander, harmlos gewesen zu sein. Du sagst, ich hätte nichts mit der SS zu tun gehabt und sei nur ein unpolitischer Forscher gewesen. Und wenn du an der Reihe bist, sage ich über dich dasselbe. Die Alliierten geben sich mit dieser Art von Entnazifizierung zufrieden. Das Wort der Stunde ist Wiederaufbau. Wenn sie, wie die Alliierten, ein Land durch Bombenangriffe, Invasionen und so weiter völlig zerstört haben, muss es wieder aufgebaut werden. Und durch wen? Sie brauchen Eliten. Männer von 35 bis 50 Jahren, die ein Krankenhaus leiten können, ein Polizeikommissariat oder in der Lage sind, als Bürgermeister eine Stadt zu verwalten. Juristen, die wissen, wie eine Bürokratie funktioniert. Und das sind exakt die Männer, die die Gräuel begangen hatten, von denen wir gesprochen haben. Es gibt also zwischen der Forderung nach einer Säuberung und den Anforderungen des Wiederaufbaus einen Widerspruch. Die Amerikaner lösten diesen Widerspruch, indem sie die Verantwortung des Einzelnen durch sogenannte Spruchkammern zu erfassen versuchten. Hunderttausende mussten vor diesen Kammern erscheinen, aber nur eine Handvoll wurde tatsächlich verurteilt, weil Fachleute für den Wiederaufbau gebraucht wurden. Auch die Universitäten werden wieder aufgebaut. Und auch hier kommt es zur Wiedereingliederung alter Nazis. Ich habe 1968 angefangen zu studieren und man wusste genau, dieser Soziologie-Professor hat noch bei den Nazis promoviert und habilitiert. Und jetzt, in den 60er Jahren, ist er einer der Berater der griechischen Militärjunta. Das wusste man. Und dieser Professor wurde dann entsprechend boykottiert. Es gibt viele Beispiele, wo Professoren durchaus sich liberal verhalten haben. Vielleicht haben sie sogar SPD gewählt. Aber es durfte nicht darüber gesprochen werden, was sie selbst vor 1945 gemacht hatten. Und sehr oft haben sie dann ihre Schriften aus den Bibliotheken entfernt, in ihren Bibliografien tauchen die frühen Schriften nicht auf und so weiter. Ich promovierte zwischen 1963 und 1966 in Heidelberg. Damals wusste jeder Bescheid. Wir fragten uns, warum sind diese Leute hier? Das war vor der Studentenrevolution von 1968. Danach änderte sich vieles. Aber noch in den 70er Jahren saßen diese Professoren auf ihren Lehrstimmen. Es war keineswegs so, dass diese Generation gesagt hat, uns tut es leid, wir haben uns geirrt, wir fangen jetzt bei Null wieder an. Das waren ganz, ganz seltene Ausnahmen. Hermann Wirth, Mitgründer des Ahnenerbes, ändert seinen Namen und verbreitet weiter seine Irrlehren. 1980 enthüllt ein Spiegelartikel Wirths Vergangenheit. Er stirbt im Jahr darauf mit 96 Jahren. Professor Walter Wüst, der Himmlers Interesse auf Asien lenkte, wird von den Alliierten drei Jahre lang in Dachau interniert. Er verliert seinen Lehrstuhl, aber er bezieht weiter sein Gehalt und darf publizieren, so viel er mag. Der Archäologe Peter Paulsen, der Polens Kunstschätze geplündert hat, wird 1961 Konservator am Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart. Hans Fleischhacker, der über die Handflächen von Juden geforscht hat, publiziert 1951 seine Habilitationsschrift unter dem Titel Rassenmerkmale des Hautleistensystems auf Fingerbeeren und Handflächen. Die Worte bei den Juden lässt er einfach weg. Er arbeitet bis in die 60er Jahre an verschiedenen deutschen Universitäten. Herbert Jankun, der Spezialist für die vermeintliche germanische Frühzeit, der im Stab der SS-Division Viking gedient hat, wird Professor in Göttingen, wo er 1990 hochgeehrt stirbt. Bruno Beger, der Tibet-Forscher, der persönlich in Auschwitz die Opfer für die Straßburger Skelettsammlung ausgesucht hat, wird 1945 von den Amerikanern verhaftet. 1948 wird er von einer deutschen Spruchkammer als minder belastet eingestuft und entlassen. Danach arbeitet er als Lektor in einem Schulbuchverlag. 1974 wird er wegen Beihilfe zu 86-fachem Mord zur Mindeststrafe von drei Jahren verurteilt. Da ihm die dreijährige Internierung angerechnet und eine gute Lebensführung bescheinigt wird, muss er die Haft nicht antreten. Er stirbt 2009 friedlich im Alter von 98 Jahren. Diese Männer waren vom Nationalsozialismus vollkommen pervertiert. Deshalb ist es wichtig, in ihnen keine Verrückten zu sehen oder Monstren. Wir müssen uns vielmehr klarmachen, dass, wenn eine Ideologie, die der Nazis sich durchsetzt, die ganze Welt in Gefahr ist. Was in Deutschland passiert ist, kann überall und egal unter welchen Bedingungen eintreten, wenn eine Ideologie um sich zu greifen beginnt. Das ist wichtig, das ist, was Sie möglich werden. An朗了, dass Sie die Bedingungen und die Zolle auf den Masken gehören, wenn Sie die Bedingungen kommen können, dass Sie die Bedingungen und die Zolle auf den Masken stattfinden. Das bedeutet, dass Sie die Bedingungen nicht auzumer, wo Sie nach der Masken, aber wiederholfen werden, mit einem Verbrechen, etwas zu im Aushängen was in der Zeit haben, und Sie haben die Bedingungen zu verbrechen müssen. Das ist wichtig, weil Sie die Bedingungen in der Zukunft, wird erregel Maine verbrechen. Untertitelung des ZDF, 2020